Die heiligen drei Könige aus dem Morgenland, sie frugen in jedem Städtchen, wo geht der Weg nach Bethlehem, ihr lieben Buben und Mädchen? Die Jungen und Alten, sie wussten es nicht. Die Könige zogen weiter. Sie folgten dem goldenen Stern, der leuchtete, lieblich und heiter. Der Stern blieb stehen über Josefs Haus. Da sind sie hineingegangen. Das Oechslein bröte, das Kindlein schrie, die heiligen drei Könige sangen. Heinrich Heine Das Oechslein bröte, das Kindlein schrie, die Heine Körnchen schrie, die Heine Hinsen schrie, die Heine Hinsen schrie, die Heine Hinsen schrie. Untertitelung des ZDF, 2020